So, da sind wir wieder. Kondomi, die ganze Zeit Verbindung zum Chat, ich hasse Twitch. Oh, konnte mal absenden, mal schauen ob es auch ankam. Ja, es ist angekommen, es ist angekommen. So, probieren wir das Ganze auch jetzt auf normal. Vielleicht schaffen wir da eher Essdinger, wobei ich am liebsten, wisst ihr was, ich mache noch eine, ich werde eine Runde, hier warte, wo war das, wo war denn der Typ, wo haben wir denn die, ach egal, 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 das machen wir jedenfalls an anderem, wir machen da, ein paar weiter, wo wir aufgehört haben. Erstmal die Geschichte durch, dann mal schauen. So, wir spielen Ruffy. No, wir spielen, wir spielen! Fertig das vielleicht? Das ist ein Lerungsgericht. Oh, ja. この攻撃である、それはロビンの過去に暗い影を落としていた。 20年前、ロビンの故郷小原がポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は、CP-9を派遣。 当時のCP-9は、考古学者たちを捉えただけでは満足せず、研究とは無関係の冬眠をも巻き込むバスターコールを発動する。 その結果、小原の存在は跡形もなく消え去り、幼いロビンはただ一人、政府の諸行に疑問を抱いた青木寺によって見逃されて生き残った。 私があなたたちと一緒にいたいと、望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を剥く、私の敵は、世界と、その闇だから。 ロビンの決意は固く、あくまで一味の助けを拒もうとする。 増長したスパンダムは、四方の塔の屋上にはためく、ある旗を指さす。 發芋人と同時などの白が面に移動中の Col児の討論ですね。 Ich weiß nicht, was du in einem großen Stadion gekommen bist? Ich weiß nicht, was du? Ich weiß nicht, was du? Sogeking. Sogeking. Entschuldigung. Entschuldigung. Fertig! Firebird! Ops. Was? ロビー! ロビー! 望んではいけないことだと思ってた 誰もそれを許してはくれなかった もし本当に 少しだけ 望みを言っていいのなら 私は 行きたい! 私も一緒に 海へ連れてって! イエーイ! 行くぞ! 必ず助け! 行くぞ! 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 存分! Und Spezialangriff. Nein, das würde ich nicht machen. Nein, 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 nein. Das klingt auch nicht so gut, finde ich. Gungung, Bazooka, die hätte ich aber gern. So, machen wir das. So, den Rest sparen wir uns. So. Der Sturm, der schmeckt mir nicht so. Die Bazooka haben wir jetzt auf Level 2. Giganthammer. Den können wir nehmen. Obwohl, nein, 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 den haben wir ja fein ausgetauscht. Ja, den nehmen wir. Oder. Geht das auch? Nicht das hier. So, mach. Oh, das geht auch so. Dann machen wir das so. Passt. Nein. So. Übertreiblich, guck mal. Oh, jetzt. Manche Volle-Kraft-Burse bewirken einen Formwandel, wodurch sich Kombo-Angriffe oder Spezialangriffe ändern. Außerdem haben einige Charaktere Spezialfähigkeit, die Spezialfähigkeit, ihre Gestalt zu wandeln und haben dadurch mehrere Arten von Volle-Kraft-Burse. Okay. Wollen wir mal. Was ist passiert? Oh, was passiert? Oh, sch. dónde geht es? Ein kurz klein? What the fuck? Oh mein Gott, ich hab ganz vergessen, dass das passiert. Aber das ist ja cool, dass die das reingegeben haben. Das ist ja witzig. Super! Ich hab das nicht gefragt. Ich habe noch nicht gehört. Ich bin nicht bereit. Du wirst dort stehen. Du wirst Claro jetzt nicht in den Tag. Du wirst fest, dich zu gestern. Und dann bist du da oben? Wie geht's denn das? Ich bin ein gut. Der Weg, dass du das Gefühl hast, den Weg presente ein paar Ausatmen. Und dann gehen wir mit dem Kommen. Wir kommen jetzt rein. Lalalala, geh 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 geh! Das ist die Krise. Das macht mich schon mal! Okay, was du schon wieder rauskrieg? Der Kinold ist es nicht so! Ich hab dich verloren, bis zumispiegel不對 zu gehen! Ich komme nicht zu einem Spielstum! Wir sind schon wieder nicht richtig. Ey, ich dreh ruhig hier mit dem. Hier sind wir auch falsch. Ich bin immer in die falsche Richtung. Ich fühle mich wie Zorro. Hier sind wir auch falsch. Ich bin immer in die falsche Richtung. Komm lass mich jetzt richtig sein. Ich bin immer in die falsche Richtung. Ich bin immer in die falsche Richtung. Ich bin immer wieder hoch und ich bin immer noch mal dabei. Das war's für mich. Natürlich bekommt Zorro jetzt eine neue Fähigkeit und wir spielen gerade Ruffy. Das ist eine gute Gelegenheit. Das ist eine gute Gelegenheit. Das war's für heute. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Aber das ist ein Problem. Wer hat das Geld? Ich bin gleich, ich bin gleich. Ich bin hier. Das war's für mich. Oh no, das ist klar! Oh, ja, du stecker! Oh, PULL! In your face! Das war spicy. Oh mein Gott, gerade zu Tode erschrocken, aber die Frau gegenüber auch. War am Kippenautomat, der so um eine Ecke ist. Und wir beide wollten gleichzeitig quasi um die Ecke. Stark! Ich bin so klein, sie hat höchstens meine Haarpracht gesehen. Gummischutzi. Ja. Gummischutzi! So, was muss ich machen? So, mit den Kippenanen habe ich mich trotzdem. Gummischutzi. Da ist es noch ein Abkommener. Das war es noch mal. ich Ich bin noch beim Mix. Was ist denn jetzt schon wieder? Achso, wir müssen hoch. Manche Gänge sind so verwirrend. Ich glaube, wir müssen hierher, oder? Nö, müssen wir nicht. Oh, wow. Oh, da hinten ist ein Bruchzeichen. Ne, Mission. Ah gut, das wird auch kein S. Franky ist in Gefahr, aber wir sind eh schon. Ich glaube, wir sind zu behaupten, wir werden uns nicht zu behaupten. Ah ja, da ist der Hammer. Super! Super! Hier haben wir noch einen Namen. Aber ich weiß nicht wohin jetzt. Ich finde die blöde Tür nicht. Ich weiß nicht wohin der Will. Wohin ich muss? Oh mein Gott, wo bin ich hier schon wieder? Nö. Meine Güte. Geh zur Säule, Brücke des Zögerns. Echt, wirklich? Oh mein Gott, hier! Oder? Oh nein. Nein. Hä? Oh! Okay. Ich hab das fein nicht gesehen. Naja. Ja. Ich hab eh geschaut, aber du weißt nicht wo das ist, ne? Du weißt nicht ob oben oder unten. Das siehst du nicht. Du weißt nicht! Der Sieh entstehen kann. Du weißt einfach nicht und du hast da. Du weißt nicht mal, was du? Das sind halt verschiedene evenen. Wöhn ich jetzt! Oh mein Gott, der hat den Buster-Call ausgelöst. Der Vogel. Rocketto. Jetzt macht er den Schuh-Trick. Ich hab mich nicht ausgekannt. Keine Ausreden hier. Der Taubentyp. Stimmt, der war ja Bauchredner, gell? Der Kampf war auch cool. Der Kampf war auch der Schuh-Trick. Aber war ja noch nicht der Schuh-Trick. Der Kampf war also im Kopf. Und hier ist der Schuh-Trick. Der Kampf war ja, der war der Schuh-Trick. Er hat den Schuh-Trick. Dinh im Kopf war ja die Schuh-Trick. Der Rob-Som! Das ist Rob-Luchi! Oh mein Gott, Fascherito! Der Rob-Som! Der Rob-Som! Oh mein Gott! Was passiert hier? Was passiert hier? Das ist eine Schönex! Beleidung! Oh, Rettung! Ich bin nicht der Mann, oder! Bitte! Hbleid, Leute! So klein ist Kondomi, oder? Ja. So klein ist Kondomi. Sogeking? Was hast du denn gemacht? Seid! Zopp! Du bist hier! Wer nicht checkt, dass er so geking ist? Ich kann nicht verstehen. Ich bin hier für Robben gekommen. Ich habe nicht gesehen, dass du deine Gesichter gesehen hast! Hey! Ich bin hier für den Schiff. Ich bin hier für dich. 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 So kann ich dir das nicht mehr so sein? Ich bin hier für dich. Aber du kannst dich nicht mehr zu den Schiffen. Ich bin hier für dich. Das war's für mich. Und hier, Kondomi-Modus! Zack! Scheiße! Ah! Hilfe! Hilfe! War nur Spaß, mir geht's wieder gut! Oh, my book! Oh, my book! Oh, my book! Oh, my book! Und jetzt! Der ultimative Schlag! Bang! Schöne Massage! Er hat jeden Muskel in ihm gelockert. Er kann ja gar nicht mehr gehen. Er kann nicht mehr aufstehen. Weiter geht's! Schöne Massage! Ja, Rudi! Schöne Massage! Schöne, es gab es. Entschuldigung. Herr Schöne! Der überl Fernando, ich werde es jetzt. Is er? Schöne! Ja, los. 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 Ja, los.